Oliver Sanne flog bereits nach drei Tagen aus der Dschungel-Show. Da die Fans per Voting für ihre Favoriten abstimmen, ist anzunehmen, dass der Ex-Bachelor bei den Zuschauern nicht gut ankam. Und tatsächlich wurde Olli während seiner Zeit im Tiny House immer wieder für seine Macho-Sprüche kritisiert. Wieder zu Hause angekommen, äußert sich der 34-Jährige nun in einem Instagram-Video zu seinem Dschungel-Auftritt. Er räumt ein, dass er fies rübergekommen sei, doch dafür sei seiner Meinung nach RTL verantwortlich. Zwischen ihm und seinen Mitbewohnern Sam Dillon und Christina Dimitriou habe es keinerlei Streitereien gegeben. Allerdings inszeniere der Sender das Format absichtlich so, dass jeder Kandidat in eine Schublade passe. Leider ist es so, dass derjenige, der stabil gestanden und selbstbewusst ist, gern als selbstverliebter Gockel dargestellt wird. Man bohrt dann auch so lange nach, bis die gewünschten Worte, sag ich mal, falle. Ich will gar nicht sagen, dass da irgendwie was schlecht zusammengeschnitten ist. Ich bin mit Sicherheit ein Macho, ich bin auch irgendwo ein Prolet. Ollis klare Bilanz? Er bereue seine Teilnahme an der Dschungel-Show. Allerdings wolle er trotzdem in Zukunft auch an anderen Formaten teilnehmen. Ob Macho oder nicht.